Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin gerade schon im Hänger. Eigentlich wollte ich euch ein Follow-me-around drehen von der Abreise, aber wie ihr seht, bin ich eben schon im Hänger und konnte euch nicht mehr filmen, wie wir die Pferde reingeholt und verladen haben, denn wir wurden leider eine halbe Stunde eher abgeholt, als es ausgemacht war. Ich weiß nicht wieso, aber ich hoffe, dass jetzt einfach alles klappt. Eben musste alles schnell, schnell gehen. Ich hoffe, dass wir alles eingepackt haben. Wir waren nämlich noch zu Hause und sind gerade losgegangen. Da wurde ich angerufen, dass die Ehekarre schon da ist. Dann haben die Kinder am Hof für mich netterweise die Pferde reingeholt, damit wir es überhaupt noch schaffen. Jetzt sind wir eben auf dem Weg zum Hafen und ich hoffe, dass es gleich etwas entspannter weitergeht. Aber ich werde euch auf jeden Fall filmen, wie die Pferde bei uns zu Hause ankommen. Das werdet ihr auf jeden Fall sehen und ich hoffe, dass ich euch auch etwas von der Fahrt zeigen kann. Ich fühle keinen Stress mehr. Okay, bis gleich. Bye. Hey! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie ihr seht, sind wir jetzt wieder am Festland und ich bin auf dem Parkplatz, wo ich mein Auto geparkt habe. Ich habe gerade den Parkplatz bezahlt und sitze drinnen und fahre jetzt wieder zurück zum Anleger, um den Hänger mit den Pferden einzusammeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020